Split Contracts Gold kombiniert eine Lizenz und einen Gold Split Contract. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Split Contracts Gold erwerben können. Gehen Sie zur Website defu.com. In der rechten oberen Ecke klicken Sie auf Sign In und autorisieren Sie sich. Standardmäßig öffnet sich das Dashboard Gold Split. Wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen, sehen Sie die Liste der verfügbaren Pakete. Wählen Sie das passende Paket aus und klicken Sie auf Purchase. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Zahlungsmethode auszuwählen. Die Zahlung ist nur mit Ultima möglich. Sobald Sie den Ultima-Token ausgewählt haben, stimmen Sie den Geschäftsbedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen ankreuzen und klicken Sie auf Purchase. In dem sich öffnenden Fenster werden der Betrag in Ultima und die Adresse der Wallet angezeigt, an die der angegebene Betrag überwiesen werden soll. Die Adresse wird auch als QR-Code verfügbar sein, damit Sie die Transaktion von der mobilen Anwendung aus vornehmen können. Um zu bezahlen, senden Sie den erforderlichen Betrag an die angegebene Wallet. Bitte senden Sie den genauen Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Warten Sie die Zahlungsbenachrichtigung ab. Fertig. Sie haben nun ein Gold-Split-Contract erworben. Gehen Sie jetzt auf die Seite My Contracts. Dort sehen Sie den gekauften Vertrag. Hier können Sie auch die Rechnung mit Zahlungsdetails herunterladen, indem Sie auf die Ordernummer klicken. Beachten Sie bitte, dass sich die Werte im Dashboard auf dem Widget Gold-Split-License-Usage nach dem Kauf ändern werden. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Wir helfen Ihnen gern. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Arbeit.